Das Spiel beruht auf Gegenseitigkeit, ja? Eine Hand wäscht die andere. Tötest du mich, töte ich dich. Ganz einfach. Okay, das war schlecht. Na ja, aber alle, willkommen zu einer Runde Minecraft Rage Mode. Mit dabei, die Schimmelgurke unterstrich 9 und der liebe Nico. Hallo. Hi. Hier ist gerade wirklich echt eine Runde. Schimmelgurke 9. Ja, ich werde euch hier mal meine Skills beweisen. Mann, Mama, das Spiel ist kaputt. Hello, ich kann ihn echt nicht töten. Nein, verpiss. Ich wollte gerade sagen, dass ich ihn sehr lieb habe, aber er hat sich gerade geändert. Wir spielen übrigens auf der Map Raid. Und ich spiele persönlich eigentlich relativ oft Rage Mode, aber ich habe es noch nie aufgenommen, obwohl ich es richtig cool finde. Und, oh, da habe ich schon den ersten Kill gemacht oder den zweiten. Und irgendwie treffe ich nicht. Oh, nice. Wer war das? Was, du, das? Nein. Nein. Oh, Triple Kill. Nice, auf jeden Fall. Jetzt habe ich vier Kills. Ähm, ja, Leute. Mal wieder eine neue Person auf meinem Kanal. Ähm, wer ihn noch nicht kennt. Ich kenne ihn auch nicht. Schaut auf jeden Fall mal auf seinem Kanal vorbei. Hä, wer bin ich eigentlich? Lol, hä? Wollte ich nicht gerade allein aufnehmen? Lol. Hey, what the fuck? Wie kommst du auf meinen TS? Lol. Mann, du bist so ein verdammter Sniper, Alter. Wie machst du das? Ich weiß nicht. Oh. Was für ein Kill. Dann auf jeden Fall das Sniper Rifle. Brauchte mal das Anti-Last Plug-In, Alter. Anti-Last. Anti-Last Plug-In ist love. Anti-Last Plug-In ist life. Ähm. Ja. Wie viele Kills hast du? Äh, sechs. Nice. Richtig, bitte. Ja, kann ich gerne machen. Machst du mit? Okay. Okay. Ich habe auf jeden Fall 13 Kills. Läuft auf jeden Fall. Nein, das will ich mir jetzt nicht versauen. Oh, 14. Oh Mann, ich habe Angst. Ich möchte mal... Bei mir buggen die Sniper irgendwie gerade ein bisschen rum. Ja. Bei mir? Weiß nicht, ob bei dir auch so ist. Nee. Oh nein, hör auf, Mann. Sorry. Ich hatte so eine gute, äh, Streak. Aber, machst du nicht. Ich bin eh Erster. Du bist eh schlecht. Ich gerade auch. Nein. Hä? Bist du behindert? Ich bin Erster. Nee. Ich habe aber eine Fünfer-Streak gerade. Ah! Leute, wenn ihr bis an die Stelle hier geschaut habt, lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Wenn ihr solche Art von Videos feiert. Ich finde das ziemlich cool, weil wenn man immer nur die ganzen Runden hochlädt, äh, finde ich an einigen Stellen ziemlich langweilig. Aber, meine Videos sind ja eh spitze. Ich weiß, Leute. Nein, Spaß. Ja, die sind super toll. Oh, ja. Erstmal Sarkasmus ausgeschalten. Äh. Nein. Man überweist mir eigentlich das Geld dafür. Ach so. Uff. Ja, man, mach mal Nacht auf. Na, okay. Nacht auf, okay. Na, jetzt einfach raus, oder? Gra. 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 Oh. Du kannst mich mal, Alter. Ich hatte fast eine 10er-Kills, Schwede. Ja, Pech. Ich hatte nur eine 6er-Kills. Nein, ich bin auch tot. Haha. Ähm, ich hab 18-Kills tatsächlich. Ich hab 15. Dann bist du auch schlecht. Ja. What the fuck, Alter? Lol. Alles klar. Da wird man einfach mal mit dem Bogen abgeschossen. Und wird einfach getötet. Das ist, glaub ich, so Sinsesspitz. Ja. Das Ding ist, man trifft einfach, man gibt ihm so einen richtig harten Headshot, ja? Und er stirbt einfach nicht. Er stirbt einfach nicht. Er hat mich aber mit der Axt getroffen. Arme, no, koi. Lol, er hat mich gerade abgeschossen. Das ist inakzeptabel. Ich krieg auf jeden Fall erstmal den Pfeil durch den Kopf gehämmert. Ähm. Uh, Alter, das hättest du sehen müssen. Hab ich aber nicht. Gra. Hä, doch, man konnte dieses Glas mal kaputten. Ja, doch, kann man doch, wenn man dagegen schießt. Ja? Ja. Oh, ja. Aha. Ja. Lol. Ja, ich hatte eh nur noch zwei Herzen. Nice. Ich hab's drauf, Leute. Nein. Uh, was? Ich hab mich selber getötet. Alles klar. Nice one. Ich hab's sogar gesehen. Ich hab Boxbanane getötet, Alter. 25 zu 8, Alter. Ich freu mich gerade. Nice. Lol, er killt einfach. Einfach so. Er hat mich einfach so getötet, Mann. Ja. Ich zerboxe mich mit meiner Faust. Aber noch. Zack. Uh, er hat mich auch bekommen. Machst du nichts? Das Spiel beruht auf Gegenseitigkeit, ja? Eine Hand wäscht die andere. Tötest du mich, tötte ich dich. Ganz einfach. Okay, das war schlecht. Ähm. Wie lange geht das Spiel eigentlich? Ich hab keine Ahnung. Irgendwie, hier steht noch 5 Minuten. Ne, hä? Oh, nice. Ich hab gewonnen. Danke. Ja, wow. Ich bin der Beste in diesem Spiel, Leute. Ich bin der Zweitbeste in diesem Spiel, ja. Oh. So, Leute, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Schaut bei dem Lieden Nico vorbei. Der bekommt einen Sonderplatz in der Beschreibung natürlich. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.